UNTERTITELUNG Wer ist das? David. Alles gut? Oder soll ich besser Potter sagen? Sag nicht Potter, sag einfach was anderes, aber nicht Herr Potter. Darf ich David sagen? David. Schwiegerpappa! Meine Tochter heiratet keine, bis ich sage Ja. Ja. Schwiegersohn. Hey, Potter. Du kommst doch nicht hin ohne zu mir zu sagen, Papa, ich hab jemanden kennengelernt und möchte heiraten. Oder? Ich hab Mama doch erzählt, dass ich jemanden kennengelernt hab. Ich dachte, du freust dich für mich. Das ist unser Kamerateam? Ja. Hallöchen. Darf ich David sagen? Genau, das ist die neue Sendung, die wir produzieren. Jetzt wo Amy und Pietro zusammen sind. Potter ist echt ein geiler Nachname. Vielleicht nehme ich auch den Namen an. Pietro Potter. Ja, passt ja auf. David, was sagst du denn jetzt dazu, dass hier deine Tochter mit Pietro Lombardi zusammen ist? Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos.